Schade Atomir, lass mich mal um die Ecke linsen, auf wen ich dann so ein Fels saubern kann Kannst du aber wie auf alle wohl, am Anfang da Ist nur ein Bogenschützer, ne? Das sind diese räudigen Diebe und Schläger, ok Wenn du sitzt drauf, dann kämpfen wir genau da an der Stelle, wa? Nein, warum kickt der mich da rein? Schade Schade So, war was? Sag mal, wo war denn noch gleich der schwere Raum? Ich bin jetzt schon wieder los. Also, irgendwie ist mir die INI hier zu einfach geworden. Können wir die bitte nochmal in schwer machen? Moment. Jetzt kommt was schwer, da kommt ne Putt. Ich bin jetzt schon wieder los. 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 Der alte Block-Kanone hier. Der blockt seine eigenen Füße, der ist ja mal richtig frech. Ich bin jetzt schon wieder los. Warte, ich bin immer im... Ich will looten. Ich bin jetzt schon wieder los. 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 Keine Ahnung. Was machen die da? Warum kommen die? Die kommen nicht mehr. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Da ist doch eine Illusion reingestürmt. Was ist da jetzt los? Nein, die wollen nicht. Die wollen nur irgendwie ausrasten oder was. Geh weg! Geh weg! Ha! Geh weg! Geh weg!